Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 16.09.2021 und damit nähern wir uns weiterhin rasendem Verfallstag, aber rasend ist das, was wir im DAX sehen, auf jeden Fall nicht. Das kennen wir von anderen Verfallswochen deutlich anders, also auch jetzt der Mittwoch ist, kann man ja schon sagen, der ist weit unter der Erwartung zurückgeblieben, zu dem, was man eigentlich in der Verfallswoche von einem DAX gewöhnt ist. Also der ist unheimlich stabil hier auf der Stelle getreten, wir haben zwar wie besprochen die 15.670 mal nach unten angerissen, wir hatten hier über diese kleine SKS-Formation gesprochen, die nach unten auflösen könnte, ans Bandrand, das ist ein bisschen hochgekommen, lag vorher bei 5.90, ich finde ja auch weiterhin die 5.90, die ist noch okay, die ist auch sogar jetzt noch erreichbar, mit dem kleinen Rücklauf hier, wenn man hier eine Trendlinie über die Tiefs hier zieht, dann ist die gleich steigend und trifft jetzt eigentlich im Kreuz diese lila fallende Trendlinie, sodass der DAX sich eigentlich zum Donnerstag jetzt auch nochmal nach unten versuchen könnte, aber dann muss man eben auch schon aufpassen bei 5.90, 5.80, 6.00 hier in dem Bereich, ob es dann nicht vielleicht schon wieder hochdreht. Im Grunde war das ja auch die Erwartung, die wir gehabt haben, dass er aus dem Bereich hier dann erstmal wieder hochzieht, vielleicht noch gar nicht das Gap macht, um das offen zu lassen, dann vielleicht auch für den Donnerstag, aber das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt eine übelst geile Vorlage, um jetzt hier zum Donnerstag weit rauszukommen, also es ist nicht viel passiert, ja, da muss ich aufpassen, dass ich jetzt da nicht zu viel draus nehme, weil letztendlich steht er auf der Stelle, hat starke Range-Tendense, starke Seitwärts-Tendense, hat starken Vorteil. Ähm, ich sag mal, wir haben oben nach wie vor so unsere 17.5, äh, 15, ne, halt, warum, warum steht hier 14? Was ist denn hier mit den Marken los? Seht ihr das? 14.57, 15.87, was ist denn hier passiert? Hilfe! Egal, äh, es soll egal sein, lass uns nicht irritieren, irritiert mich jetzt bloß, wenn ich die, ich komm so und so schon immer mit den, mit den Tausendern durcheinander, jetzt, jetzt wirst du, wo das herkommt hier, das ist nicht, weil ich zu doof bin, mir die zu merken, das ist ja wirklich, guck mal hier, 12.000, egal, Punkt, hier stimmt was nicht, äh, fassen wir es so zusammen, hier stimmt irgendwas in der Skala nicht, soll aber egal sein, äh, wir haben 15.730, haben wir oben, ähm, weiterhin die Begrenzung der Range, leichten Überschusspotenzial haben wir, aber es ist 15.750, 15.760, ne, da, wo die, wo die hoch zu den letzten Tagen waren, aber insgesamt kriegt das hier schon deutlichen Flackencharakter einfach, ne, von der Bewegung, sodass man sagen müsste, eigentlich geht unser DAX jetzt nachhaltig per Stundenschluss zum Donnerstag über 7.30, 7.50 raus, dann kann er sich durchaus Eskalationsspielraum auf der Oberseite aktivieren und der geht bis 8.40, 9.49, 8.40, 9.49, ja, das heißt, wenn der hier wirklich raussteigt per Stunde zum Donnerstag nach oben und er macht einen guten Eindruck, ähm, es ist Verfallstag, da muss man mit komischen Moves rechnen, da ist alles, alles, wir haben die komischsten Sachen schon gesehen, wir haben selbst, äh, kurz vorm Verfallstag schon, äh, Bewegung gesehen, da hat der DAX Future einfach mal eine 150-Punkte-Ein-Minuten-Kerze gestellt, während alles andere, auch die CFD-Indikation fast nahezu stehen geblieben sind, die sind bloß 50, 50 Punkte nach oben gesprungen, während der Future 150 nach oben gesprungen ist, dann hat es wieder abgebaut und ist aber wieder alles anders hoch raufgelaufen, der, der normale Markt hat diesen Future-Spike hinterhergekommen, also wir haben schon die komischsten Sachen in den letzten Jahren gesehen, in Verfallswochen und momentan wirkt es mir fast so ein bisschen wie die Ruhe vorm Sturm, weil das ist ungewöhnlich, dass wir jetzt auf dem Mittwoch so wenig, also normal ging das die letzten Verfallstage immer schon Mittwoch los halt, ne, und, ähm, ich würde da wirklich ein bisschen, ah, vielleicht aufpassen, ne, was man macht, auch diejenigen, die jetzt hier vielleicht hochvoluminös rumskalpen, ne, das sind so Tage, da bricht man sich schnell das Genick dann, wenn es denn tatsächlich kommt und der hier jetzt anfängt zu eskalieren, ne, wenn der dann so eine 100-Punkte-Kerze reinstellt und man, ähm, sitzt da gerade davor, dann kommt man manchmal auf dumme Ideen, ne, aus Reflex, dann zieht man seine Stop-Loss raus, haut schnell die Position, baut die aus und so weiter, und das ist Kacke und das sollte man vermeiden, also, ich würde aber das hier so ein bisschen noch drinnen lassen, ähm, beziehungsweise, ne, würde ich eigentlich nicht, ich möchte es eigentlich nicht drinnen lassen, weil es ist jetzt ein anderes Bild, wir haben jetzt hier eine Aufmerksamkeit, wir haben jetzt hier eine Konsolidierung, die ist aus drei Teilen, und das ist auch letztendlich dreiteilig, wenn man es bald fasst, und deswegen würde ich fast sagen, also, hier so über 7,67, also, hätte er schon Potenzial Richtung 900 rein, ähm, wir nehmen den kleinen Durchschnitt hier zur Erkenntnis, ja, die, ah, da bin ich jetzt selber ein bisschen am überlegen, die 800 ist halt schon eine interessante Reaktionsmark, aber ich würde schon sagen, oberhalb 37, 57 zum Donnerstag sollte man aufpassen, und dann gilt natürlich das, was wir jeden Donnerstag erzählen, ne, kommen hier oben eine schöne fette Stundenkerze rein, dann kann sich ein Donnerstag komplett wieder umdrehen, runterdrücken, dann muss man einfach in den, in den, aus, aus, schon alleine aus Erkenntnis der letzten Tage und letzten Wochen, sollte man echt bei einsetzenden Umkehrbewegungen, wenn man merkt, da kommt, da ist schon wieder die Luft raus, da tritt jetzt um, macht jetzt wieder eine rote Stundenkerze rein, weil, gerade in den ganzen Anstiegstagen, die wir die letzten Wochen hatten, war das immer wieder ganz prägnant, der ist vormittags sehr, sehr, sehr stark aufwärts gestiegen, dann kam eine rote Stundenkerze und dann, das hat so richtig, so richtig einfach weggerotzt, das Ding halt, ne, das, das haben wir ganz oft die letzten Tage gesehen, da sollte man ein bisschen aufmerksam sein, solange der aber ruhig und grün bleibt, hat er dann einfach auch Potenzial hier durchzulaufen halt, ne, und ohne Risiko dann eben auch keine Chance, das heißt, man muss in Kauf nehmen, dass vielleicht dann der Konto einsetzt, aber nimmt man es nicht in Kauf, nimmt man das Risiko nicht, kann man auch die Chance nicht nutzen, das ist halt einfach so, ne, das ist bei jedem Trade so, da gibt es immer ein Verlustrisiko, was ich der Chance gegenüberstellen muss, das kann ich abgrenzen mit einem Stop-Loss, Take-Profit und so weiter und so fort, soll hier nicht Thema sein. Also, wir haben hier oben ein bisschen Platz, 57, 37 halte ich für realistisch zum Donnerstag, einfach auch verfallstagsbedingt, dass es ein bisschen rumschlägt, dass es probiert, die Schlacke oben aufzulösen, ja, vielleicht, wenn er es dann nicht hinkriegt, dann kriegt er es nicht hin, unten, hätte ich mir das noch gerne angucken wollen, da so mal auf die 600, 580 drauf, aber da würde ich auch ganz klar sagen, alles, was hier drunter geht, per Stundenschutz unter 590, das kriegt für mich Tendenz Richtung 550, von der 550 erwarte ich weiterhin nicht viel, sodass ich dann eher hier Richtung 15, 460 mich wieder orientieren würde, wenn er hier per Stunde rausgeht, ohne der 590. Da, Donnerstag, ihr könnt gerne mal übertreiben, wenn sie bestimmte Grenzwerte übersteigen, das sind bei mir die beiden, und ansonsten schlagen sie meist volatil zur Seite, also wenn sie eben nicht diese Bereiche überschreiben, denkt dran, ich weiß nicht, was kommt, ich habe keine Glaskugel, aber wir haben immer wieder bestimmte Regelmäßigkeiten im DAX, die kann ich aufzählen, es wird nicht alles davon eintreten, was ich aufzähle, aber wenn ihr merkt, der Markt macht genau eines dieses nach, in die wir besprechen, dann kann man das für sich nutzen, dann kann man ihm folgen, dann kann man da mitgehen und sich versuchen, seine Punkte rauszuziehen. Das Üblichste, was wir am Donnerstag häufig sehen, ist hin und her. Das könnt ihr zum Beispiel so aussehen, dass er nochmal runter geht, auf die 580, 600, grüne Stundenkerze hier reinflockt, hoch auf die 37, 57 geht, dort eine rote Stundenkerze reinflockt, wieder zurück geht. Wäre typisch Donnerstag, würde hier perfekt reinpassen, kann man für sich nutzen. Anderes, auch häufiger am Donnerstag, aber nicht ganz so oft, wie dieses hin und her springen, sind diese Betreibungschancen, die er dann hat, oben und unten, insbesondere jetzt eben wegen dem Verfall. Heißt, geht er uns dann nachhaltig hier unten auch raus, für Stunden schluss, brichtete Niveaus, dann sind das eben Chancen, solange er runter bleibt, flache Bewegung zur Seite, sind dann neue Short-Chancen, die man dann weiter runter gehen kann, so lange, bis eben wieder richtig Schub nach oben reinkommt, dann sollte man sich erstmal wieder zurückziehen und die Position zurückbauen, weil dann eben auch Konterschancen gebaut werden. Und oben natürlich genauso geht er hier oben drüber, sind das auch Long-Möglichkeiten, solange er dort stabil bleibt und weiter drücken kann, immer wieder schöne grüne Kerzen rein stellt, dann sind diese langen grünen Kerzen tatsächlich Einstiegssignale, obwohl der normale Privatanleger gerne die als dagegen haut, so instinktiv haut man gerne gegen die Kerzen und das sind eigentlich die Trades, die erstmal direkt immer wieder ins Minus laufen. Ja, Punkt aus, mehr möchte ich gar nicht machen, wir haben die letzten Tage ausführlich, intensiv, lange uns immer wieder unterhalten hier, oder ich mich eher mit euch, oder zu euch im Einweg-Kanal, von daher mache ich das jetzt zu, das sind die Bereiche, die für mich wichtig sind, das ist die 37.57, das ist unten die 8, das ist schwierig hier mit dieser Skala, hier steht 13, ja, was ist denn das, das ist eine 15, das passt überhaupt nicht, 13.69 und es ist die 15.600, ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Markenwertestufe, zueinander gebracht, aber 15.600 und 15.580, oben 15.37, 15.57, das sind die beiden Bereiche, zwischen denen ich mir ein gutes Pendeln vorstellen kann, alles was da rausgeht, oben oder unten, Übertreibungsbereiche, der kann auch noch weiter, der schafft da noch 100, 200 Punkte hinterher, da sollte man ihn nicht unterschätzen, nicht zum Verfall, ja, gut, damit, wir machen hier zu, ich wünsche euch Spaß, wir hören uns morgen wieder, und viel Erfolg, holt euch eure Punkte, gutes Gelegen und dann, ja, bis dahin, Tschüss!